Halt, stopp! Erst das Intro. So einfach wie geschmacklos. Shit! Lecker! Hartz IV Abendbrot. Zack! Mhhm! So, Freunde der Wahrheit. Im Internet stand, dass man Silber schön mit Ketchup sauber bekommt. Was machen wir vorher? Ein lecker Hartz IV Abendbrot. Zack! Mhhm! Für ganz wenig Geld, da darf es auch mal eine Scheibe mehr sein. Mhhm! 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 Der Ketchup muss gut sein. Na ja! Da ist mir gedacht! Rinn in die Tunke! Mhhm! 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 Na dann tschüss! Mhhm! 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 Mhhm!